So, aber guck mal, da hinten ist ein Haus, was auffällig unverfallen ist. Aus irgendeinem Grund sieht das Haus ziemlich gut aus. So, da wollen wir doch mal nachgucken. Ähm, was steht da? Sprich mit netter Lehrerin. Okay, interessant. Wollen wir doch mal sehen, was diese nette Lehrerin hier unterrichtet. Entschuldigen Sie, Ma'am. Was kann ich für Sie tun, junger Mann? Das ist ein seltsamer Ort für eine Schule. Das ist keine normale Schule, Herzchen. Das ist das Ossie-Mantrill-Re-Sozialisierungszentrum für Piraten. Ähm, ähm, Re-Sozi-was? Re-Sozialisierungszentrum. Wir machen aus barbarischen, stinkenden Piraten wie Ihnen saubere, produktive und höfliche Mitglieder einer aufstrebenden, konsumorientierten Gesellschaft. Das ist das gottloseste Verbrechen, von dem ich jemals gehört habe. Na, na, Herzchen, Sie haben es doch noch gar nicht versucht. Wissen Sie etwas über die ultimative Beleidigung? Was soll das sein? Ein mächtiger Voodoo-Talisman, der das Ego eines Menschen zerstört. Oh nein! In unseren Schulungsräumen sind Voodoo-Talismane allerart strengstens verboten. Mr. Mandrill ist der Ansicht, dass der Voodoo einer der Hauptgründe für die ständig wachsende Piratenkriminalität ist. Aber versucht er nicht selber, die ultimative Beleidigung zu entschlüsseln? Wussten Sie schon, dass ein Irrer vor der Küste kreuzt? Sie meinen doch nicht etwa den tapferen Admiral Kassaba. Tapfer? Er verhindert eigenhändig, dass die ungewaschenen Piratenhorden des Natinatols in unser Paradies auf Yambalaya Island einfallen. Er ist ein Schwachkopf. Die tapfersten Männer sind immer ein klein wenig verrückt, Herzchen. Ich bin es leid, ein schleimiger Pirat zu sein. Tragen Sie mich ein. Wunderbar. Nehmen Sie bitte einen Moment Platz, bevor Sie sich auf den Weg in eine goldene Zukunft machen. Guten Tag, Klasse. Ich bin Miss Rivers. Ich heiße Sie im Ossi Mandrill Resozialisierungszentrum für Piraten. Herzlich willkommen! Die Akademie ist ein Tochterunternehmen der Ossi Mandrill Enterprises, Indem Sie durch diese Tür gegangen sind, haben Sie bereits einen mutigen Schritt auf Ihrer langen Reise gewagt. Eine Reise, die aus Säbel rasselnden Piraten gesunde, normale und vor allem produktive Mitglieder der Gesellschaft machen wird. Und warum haben Sie sich zu diesem Schritt entschlossen? Weil wir keine andere Wahl hatten? Nein, Herzchen, ihr seid hier, weil ihr ekelhafte Piraten seid, die es verdienen, in der Gosse zu enden und wie räudige Köter erschossen zu werden. So, in den nächsten Stunden werden wir nun gemeinsam versuchen, ihre gesellschaftsfeindlichen, piratischen Abwehrmechanismen durch akzeptable und vermarktbare Verhaltensweisen zu ersetzen. Das könnte eine Weile dauern. Warum kommen Sie nicht später wieder? Sprechen wir zuerst offen über das Plündern. Und deshalb ist Kielholen so schlecht. Gut mitgedacht, Janja. Kommen wir nun zur Abschlussprüfung. Ich stelle Ihnen drei Fragen, die 90% Ihrer Note ausmachen. Das klingt unfair. Komm mir nicht so, Schlaumeier. Tut mir leid, Ma'am. Fangen wir an. Janja? Ja, Ma'am? Ein schmieriger Fremder bietet Ihnen einen Grog an. Was tun Sie? Ich lehne sein Angebot freundlich, aber bestimmt ab. Und Guy Brush? Ja, Miss Rivers? Während Sie Weihnachtsgeschenke zu einem Waisenhaus auf einer benachbarten Insel transportieren, bemerken Sie ein Schiff, das offensichtlich überladen ist. Was tun Sie? Tja, wir könnten jetzt natürlich so tun, als ob wir resozialisiert werden, aber davon haben wir nichts. Guy Brush ist ein echter Pirat und nicht so ein weichgespieltes Weichei wie die anderen, die versuchen, ein produktives Mitglied der Gesellschaft zu werden. Das versuchen wir nicht. Ich werfe die Spielsachen von Bord, hisse die Piratenflagge, entere das Schiff, enthaupte den Kapitän und fackele das verdammte Boot ab. Niemals! Ma'am, du bist ja hartgesotten. Und Mangel. Ja? Was haben Sie da im Mund, junger Mann? Kau-Tabak, Ma'am. Haben Sie genug für alle hier? Natürlich, ja. Tja, das ist genau der Punkt, junger Mann. In diesem Klassenzimmer sind Piratenartikel untersagt. Geben Sie her. Tut mir leid, Ma'am. Und Mangel? Ja, Ma'am? Ein Fremder fragt Sie nach der Uhrzeit. Wie reagieren Sie? Äh, ich kann die Uhr nicht lesen. Interessant. Okay, zweite Frage. Guybrush? Ja? Ihr Tofu-Burger wird durchgebraten serviert, obwohl Sie ausdrücklich einen blutigen Burger bestellt hatten. Wie reagieren Sie? Moment, ein Tofu-Burger? Tofu kann blutig gebraten werden? Das gibt's doch nicht. Ich mache das Restaurant im Erdboden gleich und hänge den Chefkoch an seinen Nieren auf. Grundgütige. Miss Rivers, Guybrush ruiniert meine Lernbegeisterung. Mangel? Ja, Ma'am? Nach einem heftigen Grock-Gelage macht sich Ihr 24-jähriger Freund über Ihre Frisur lustig. Wie reagieren Sie? Ich, äh, ich mache einen Witz über seinen fetten Grock-Bauch. Und Young, ja? Ja, Miss Rivers? Ihr Kapitän hat sich entschlossen, Kurs auf das Teufelsdreieck zu nehmen. Wie reagieren Sie? Ich unterdrücke meine kaum spürbare, nicht erklärbare Angst und setze meine Arbeit fort. In Ordnung. Kommen wir nun zur dritten und letzten Frage. Mangel? Ja, Ma'am? Ein Angehöriger des anderen Geschlechts weist Ihre Avancen zurück. Wie gehen Sie damit um? Ich, äh, ich schreibe einen obszönen Limerick über die Schlampe an die Klotür. Gut. Jetzt Sie, Young, ja. Ja, Ma'am? Sie beobachten einen Mann, der einen Passanten mit einem Schwert bedroht. Was tun Sie? Ich präge mir das Aussehen des Angreifers ein und wende mich an den nächsten Blauhelm. Okay. Und schließlich, Mr. Threepwood. Ja? Bei der Lektüre einer Gedichtssammlung in der Bibliothek fällt eine Schatzkarte aus dem Buch. Wie reagieren Sie? Ich suche alle ehemaligen Leser des Buchs auf und lege die Bastarde um. Und nachdem ich deren Familien, Freunde und Haustiere getötet habe, suche ich den Schatz. Heiliger Josefa! Oh, du schaffst es. Ähm, Miss Rivers, Guybrush macht mir Angst. Ich habe Ihre Leistungen addiert und muss sagen, dass ich sehr unzufrieden bin. Mangel, ich fürchte, Sie haben nicht bestanden. Sie haben das Herz am richtigen Fleck, Kleiner. Aber Ihr Hirn liegt an einem eiskalten und dunklen Ort voller Spinnen. Verdammt. Ha! Young, ja, Sie sind auch durchgefallen. Wieso? Ich hatte alle Antworten richtig. Stimmt, Herzchen. Aber ich kann Sie nicht leiden. Das ist eine schreiende Ungerechtigkeit. So ist das Leben, Herzchen. Finden Sie sich damit ab. Und dann haben wir hier noch Guybrush. Guybrush, Guybrush, Guybrush. Ich bin nun schon viele Monate Lehrerin und ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass Sie der dümmste Schüler sind, den ich kenne. Ich hatte schon Ohrenschmalz, dass Intelligenter war als Sie. Und um sicherzustellen, dass Sie diese Schule nie wieder betreten. Und um Sie für den Rest Ihres hoffnungslosen Lebens zu zeichnen, setze ich Ihnen diese Narrenkappe auf Ihren sturen Piratenschädel. Ich hoffe, dass die Demütigung schafft, woran die Erziehung gescheitert ist. Und jetzt verschwinden Sie aus meinem Klassenzimmer und lassen Sie sich hier nie wieder blicken. Ja, ich mag ein Narr sein, aber wenigstens bin ich ein mächtiger Piratennarr. Das war doch erfolgreich. Großartig. Okay, wir haben die Narrenkappe. Natürlich hätte man auch sagen können, hey, wir gehen da rein und klauen die einfach, aber Guybrush hätte die Narrenkappe niemals freiwillig mitgenommen. Okay, wir haben jedenfalls die Narrenkappe und aus Gründen, die ihr vielleicht jetzt noch nicht nachvollziehen könnt, haben wir vorerst alles, was wir vom Natten Atoll brauchen. Wir werden hierher nochmal zurückkehren, aber vorher möchte ich mich noch ein... Das ist das Boot, das ich von Yambalaya Island mache. Ja, 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 ich bin mir schon bewusst. Vorher möchten wir uns noch einmal um etwas anderes kümmern, indem wir hier wieder zurück nach Yambalaya Island fahren, nachdem wir jetzt die Narrenkappe haben. Das war tatsächlich alles, was ich hier erst mal wollte vom Natten Atoll. Da gibt es noch mehr zu tun. Wie gesagt, wir kommen auch wieder zurück. Aber jetzt sind wir erst einmal wieder hier und gehen hier mal wieder zum Turmspringen. Und mit der Narrenkappe auf dem Kopf haben wir nämlich einen aerodynamischeren Körper und werden beim Eintauchen weniger spritzen. Und dann ist der zweite Punkte-Richter hoffentlich auch zufrieden. Da bin ich wieder. Das sehe ich. Was kann ich für Sie tun, Mr. Fribwood? Ich würde gerne nochmal gegen Sie antreten. Nochmal? Sind Sie Masochist oder was? Ich weiß nicht. Haben Sie China entdeckt oder was? Oh, in Ordnung. Vergessen Sie nicht. Sie wollten es nicht anders. Marco Di Pollo mit einer Alpha-Äffchen. Hier holen. Alpha-Äffchen. Kombination. Er braucht für seinen Sprung nun absolute Ruhe. Ich habe mich geirrt. Ich freue mich darauf, Sie noch einmal zu besiegen. Okay. Links oben links brauchen wir als Kombination. Aber erst einmal setzen wir die Narrenkappe auf, damit wir weniger spritzen. So. Ding. Okay. Da sagt keiner was gegen. Das ist völlig legitim. So. Links oben links werden wir mal machen. Ne. Geh mal. Geh mal da hin. Links oben links. Cool. Was hat der Kerl nur gegen mich? Sieht gut aus. Maaannn. Marco Di Pollo gewinnt schon wieder. Okay. Also, die rechten beiden Richter haben wir überzeugt mit unserem Können. Aber der grießgämige Richter hat irgendwas gegen Guybrush. Hat er eben auch gemerkt, was hat der Kerl gegen mich? Also wollen wir mal gucken, wie wir den überzeugen können, dass wir geil sind. Verzeihung. Was? Was war mit meinem letzten Sprung nicht in Ordnung? Er war schlecht. Geht es etwas genauer? Nein. Warum geben Sie mir so niedrige Noten? Das ist nicht persönlich gemeint. Aber ich muss eine teure, rothaarige Frau, zwei teure, rothaarige Kinder und einen teuren, rothaarigen Hund ernähren. Können Sie mir folgen? Nicht wirklich. Dann lassen Sie es mich anders versuchen. Mr. Mandrill zahlt mir ein Schweinegeld dafür, dass dieser Mr. Di Pollo immer gewinnt. Was immer dieser Mandrill Ihnen gibt, ich zahle das Doppelte. Ich bin gerührt, Junior. Aber es ist doch offensichtlich, dass Sie keine zwei Groschen besitzen. Geschweige denn die Mittel, um meiner rothaarigen Frau ihren gewohnten Lebensstandard zu finanzieren. Ich fürchte, ich muss Sie mit Ihrer Verdrossenheit alleine lassen. Mir egal. Na wunderbar. Den können wir also nicht überzeugen. Wir könnten ihn höchstens, also mit unserem Können können wir ihn nicht überzeugen. Wir können ihm höchstens mehr Geld geben, was uns aber nicht glaubt, dass wir es haben. Oder wir müssen ihn irgendwie erpressen. Und wie ist der Zufall so? Will, wir waren doch bei Stan. Und er hat uns eben von seiner teuren, rothaarigen Frau erzählt. Und guckt mal, was hier auf diesem Bild drauf ist von der Broschüre vom Timesharing. Hey, ein Bild von dem grießgrämigen Tauchrichter. Aber die Blonde, da ist auf jeden Fall nicht seine nette, rothaarige Frau. Oho, das ist ja interessant. Das sollten wir ihm mal zeigen. Was ist das? Eine Broschüre von Stan's Timesharing Zentrum. Ja, und? Werfen Sie mal einen Blick auf Seite 3. Ihre rothaarige Frau fände es sicher außerordentlich interessant, wenn sie wüsste, wie viel Zeit Sie mit dieser blonden Schlampe teilen, nicht wahr? Sie verstehen das völlig falsch, junger Mann. Sie ist nur eine gute Freundin der Familie. Wirklich. Wirklich? Hm, tja, dann hat Ihre Frau sicher nichts dagegen, wenn ich ihr die Broschüre zeige. Warten Sie, was wollen Sie? Was ist Ihnen die Sache denn wert? Ich gebe Ihnen Geld, Edelsteine, Häuser, alles. Aber bitte verraten Sie meiner Frau nichts. Na gut, alles was ich will, ist ein fairer Wettkampf. Das ist alles? Wirklich? Wirklich. Sind wir im Geschäft? Sind wir. Aber glauben Sie mir, es wird Ihnen nichts helfen. DePolio ist zu gut. Ein Anfänger wie Sie hat keine Chance gegen ihn. Hm, na schön. Er will einen fairen Wettkampf. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass der grießcremige Richter uns jetzt immer 10 Punkte gibt. Ganz egal, was wir machen. Aber weil er von Mandrill bezahlt wird, gibt er DePolio auch 10 Punkte. Okay, auf jeden Fall sind wir jetzt schon einmal ein gutes Stück weitergekommen und können jetzt nochmal Marco DePolio herausfordern. Da bin ich wieder. Das sehe ich. Was kann ich für Sie tun, Mr. Fribwood? Ich würde gerne nochmal gegen Sie antreten. Nochmal? Sind Sie Masochist oder was? Ich weiß nicht. Haben Sie China entdeckt oder was? Oh, in Ordnung. Vergessen Sie nicht. Sie wollten es nicht anders. Marco DePolio versucht eine schwingendes Schwellt. Alpha-Äffchen, Kiel-Hole-Kombination. Ich bitte um absolute Stille für seinen Splung. Ich beneide Sie nicht, Mr. Fribwood. Okay, links, rechts, oben. Und da müssten wir eigentlich auch von jedem 10 Punkte bekommen. Wollen wir mal sehen, ob uns das weiterbringt. So, gehen wir da hin. So. Dann machen wir mal links, rechts, oben. Verdammt. Gut. Sieht gut aus. Oh, und das ist eine Riesenüberraschung. Marco DePolio hat wieder gewonnen. Okay, wisst ihr was? Scheinbar habe ich nicht richtig aufgepasst und habe bei der Drehung irgendwas falsch gemacht. Wir werden das abkürzen und ich versuche den Sprung nochmal. Also jetzt nochmal. Oben, links, oben. Uh, gut. Sieht gut aus. Mann, Jungs, das ist unglaublich. Der Newcomer hat Marco DePolio geschlagen. Und was jetzt? Jetzt kommt das Stöchen. Sehre Steinpapier? Das hätten Sie wohl gern. In dieser Runde springen Sie zuerst und DePolio wird versuchen, Sie zu überbitten. Sie haben bewiesen, dass Sie meine Sprünge imitieren können, Mr. Stripwood. Aber ich bezweifle, dass Ihnen ein Sprung gelingt, den ich nicht beherrsche. Wir werden sehen, alter Tauchaffe. Gut, gut. Die Planke gehört Ihnen. Na wunderbar. Es wird uns nichts vorgegeben in diesem Punkt. Wir können machen, was wir wollen. Ist ganz egal. Und er wird versuchen, es nachzumachen. Nicht übel, Mr. Stripwood. Bitte warten Sie hier. Ich muss eben den Herd abschalten. Oh. Jetzt, mein Freund. Bewundern Sie den Meister in Aktion. Jetzt versucht Marco DePolio, Guy Bras' Three-Fourts Sprung zu schlagen. Ich bitte um absolute Ruhe für seinen Sprung. Elf? Äh, das war knapp, Mann. Aber der Sieger heißt trotzdem Marco DePolio. Na großartig. Danke Ihnen, danke, vielen Dank. Ihre stümperhafte Hartnäckigkeit geht mir langsam auf die Nerven, Mr. Thripwood. Okay. Er hat also von dem, von dem weisen alten Richter, hat er eine Elf bekommen, weil er noch weniger gespritzt hat. Weil er sich vor dem Sprung irgendwie vorbereitet hat. Nämlich damit. Ribera Robbenbaby-Öl. Ich nehme an, dass dieses Öl für Robbenbabys ist und nicht. Na, denken wir nicht darüber nach. Er hat sich jedenfalls eingeschmiert, um noch weniger zu spritzen. Und das müssen wir irgendwie verhindern. Indem wir ihm irgendetwas in sein, in sein Öl rein, äh, rein stopfen. Wie ein Bagelklumpen mit Schmierwiz. Und das ihm irgendwie ein bisschen, ein bisschen, äh, die Laune versaut. Hey, da, da drüben. Guck mal, da ist auch schon eine, da ist auch schon eine Möwe angekommen. Das ist sehr interessant. Das finden wir natürlich super. Die Möwe scheint das Schmierwiz zu mögen. Vielleicht haben wir dadurch einen Vorteil. Also müssen wir alles nochmal machen. Ich habe mich geirrt. Ich freue mich darauf, sie noch einmal zu besiegen. Das werden wir ja sehen. Also, wir brauchen eine oben-rechts-unten Kombination. Und dann wollen wir mal gucken, wie es beim Stechen läuft. Die Narnkappe hat wohl funktioniert. Losartig, Junge. Nach diesem Unentschieden hast du das Leicht, in einer weiteren Runde gegen der Polio anzukleten. Ich beneide sie nicht um die Blamage, die sie gleich erleben werden. Trotzdem, die Planke gehört ihnen. Okay, wunderbar. Okay, wunderbar. Jetzt können wir wieder irgendetwas machen. Und wir hoffen, dass er sich gleich wieder einschmiert und dann gehörig Probleme mit dem Wildleben von Jambalaya Island bekommt. Es ist schön, dass die gute alte Erpressung in einigen Winkeln dieser modernen Welt immer noch funktioniert. Ach, die Narnkappe hat wohl funktioniert. Hübscher Sprung, Mr. Fribwood. Wenn Sie mich einen Augenblick entschuldigen würden. Was Marco nicht weiß ist, dass wir sein Robbenbabyöl durch das Starbacaneers Schmierwiz ersetzt haben. Wir sind gespannt. Jetzt, mein Freund, bewundern Sie den Meister in Aktion. Jetzt versucht Marco De Polio, Guy Brass' Three-Fourts Sprung zu schlagen. Er braucht für seinen Sprung nun absolute Ruhe. Was? Ladies and Gentlemen, der neue Weltmeister im Plankenspringen heißt Guy Brass' Three-Fourts. Ich, ich protestiere. Das war kein fairer Wettkampf. Ich fordere eine Revanche. Sofort. Ich bin Marco De Polio, der größte Plankenspringer der Welt. Marco. Polio. Wer war das? Marco. Polio. Aufhören. Ich lasse mich nicht verspotten. Marco. Aufhören. 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 Polio. Polio. Wie es Elaine wohl geht. Hey, danke, dass Sie zur Wahl gekommen sind. Nicht vergessen, eine Stimme für mich ist eine Stimme gegen den Höllenpiraten. Danke für die Unterstützung, Bürger. Gleich um die Ecke gibt es das Fest und den Kropf. Stimmt nicht für Charles. Er ist in Wahrheit LeChuck, ein Zombie, ein Geisterpirat aus der Hölle. Ach, hören Sie auf, Mrs. Threepwood. Jeder hier weiß, dass LeChuck tot ist. Ihr Ehemann hat ihn selbst getötet. Sie müssen nachsichtig mit dir sein, Mr. Charles. Ich denke nicht daran, mein Freund. Da, da seht ihr. Charles ist in der Schuck. Seht doch. Tja, damit wäre das wohl geklärt. Ich werde jetzt meine Sachen packen und meinen Einzug in die Gewerneursvilla feiern. Tja, der Negativwettkampf ist, äh, ist, der, der Negativwahlkampf ist tatsächlich von Vorteil. Ich weiß nicht, was ich mit ihm anstellen soll. Tja, du hast jedenfalls einen Tauchpokal. Und das heißt, wir haben zwei Drittel der ultimativen Beleidigung. Wir haben hier den Affenkrug und wir haben den goldenen Mann. So, damit habe ich schon zwei Drittel von meiner persönlichen ultimativen Beleidigung. Das ist gar nicht gut. Das sollten wir nicht im Inventar haben. Aber gut, was soll's. Meine lieben Zuschauer, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.